Servus, das ist der Linus. Ja, Saison ist fast vorbei, aber eine sehr wichtige Veranstaltung steht noch an und zwar nächstes Wochenende die Deutsche Meisterschaft am Göttschen wird ausgetragen vom SC Starnberg. Ich freue mich wahnsinnig drauf, sind natürlich auch super happy, dass überhaupt stattfinden kann, was ja auch nicht ganz selbstverständlich ist. Und ja, ich glaube, es wird eine coole Veranstaltung und es wird ein paar heiße Battles geben. Servus.